Auf deinem Grundstück, hast du da schon die Startkisse genommen? Ja, haben wir. Ich habe gar keine bekommen. Ich habe einfach ein Schwert, das durchdringt die Rüstung und macht dir 5 Herz einen Schaden. Ja, so ein Rapier oder sowas von People's Construct. Ja, Manilium-Rapier mit 9 Attack Damage, aber... Ja, passt schon. Naja, halt. Okay. Ja, gegen Mobs bringt es ja nicht wirklich viel. Doch gegen Mobs bringt es auch mega viel. Ich mache Zombie 2-Head. Und wenn ich das weiter aufwerte, dann 1-Head. In welche Hülle? Ja, ich komme euch immer vorbei abholen, ich finde mir gute Sachen dabei. Also, ich habe auch... Ach, meint ihr, da weit? Ach, hier. In der Schlucht? Ja, genau. Sollte ich uns aus der Map sehen. Nee, hat er keine Map sehen. Ach, so, ja, stimmt. Ich habe eine Map, aber ich sehe euch darauf nicht. Ah, ich... Bleib mal stehen, ähm, Sashlio. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ihr seht, ich sehe den Namen. Heute ist auch nicht weit weg. Ich bin gleich bei dir. Ach, warte, das ist Zulfur. Oh, da oben ist Gold. Nice. Und da unten ist Lappes. Nice. Und da ist das. Nice. Hast du schon Dias gefunden? Ich habe schon, äh, ich habe gerade drei Dias mit. Nice. Ich war gerade farmen. Offline, aber... Okay. Aber ich kann ja eh nicht cheaten, also... Och, ja, ich bin gerade einfach durch die Hülle gefallen. Ey, ihr müsst dieses Jelurid mitnehmen unbedingt, ne? Ja, ja. Dieses Jelurid. Äh, was? Für einen riesigen Reaktor später mal. Ja. Das kannst du, das kannst du fast unendlich oft verwerten. Aua. Mann, du ne Scheiße. Warte mal. Oh, Färme. Ich will jetzt nicht fluchen, ne? Na, passt schon. Passt schon. Ich fluche auch immer wie so ein Rohrspatz. Wie so ein Rohrspatz. Ja. Ey, könnt ihr mal stehenbleiben? Ich habe euch irgendwie verloren. Ja. Ich bin hier unten gerade im Zombies verhebend. Ist da unten Lava? Ne, da ist Wasser. Aber da war mal Lava. Jetzt sind sie die an. Okay, dann ist es ein bisschen scheiße, wenn ich mich jetzt runterbaue. Äh, warum? Ach, ich bin gleich bedient. Ich habe es gleich durchdrungen. Ja! Ich komme nicht weg. Okay, nice. Ey, guck mal. Aua. Das ist nicht nur ein Aua, das ist ein... Ich bin fast tot! Naja, ich habe noch vier Leben. Ey, ey, Perios, guck mal. Du hast... Oh, ich würde dich one-hitten, wenn ich dich jetzt angreife, hier essen. Ich habe... Aber, danke. Ich habe einen Fischer gebaut. Hast du... Hast du... Achso. Hast du eigentlich Karotten? Also hast du irgendwas aus dem Dorf mit rausgenommen? Ja, Karotten, Kartoffeln. Ach, Kartoffeln habe ich nicht. Okay. Kartoffeln gebe ich dir gleich meiner nächsten Aufnahme. Da unten ist wieder Yellow Ried. Ich fahre mir jetzt mal weg. Naja, beziehungsweise ich bleibe halt jetzt in der Aufnahme. Ich mache so eine durchgängige Aufnahme und schneide die dann in Teile. Na, so 10, 15 Minuten. Wie lange nimmst du jetzt schon auf? Keine Ahnung. Nein, aber... Sehe ich nirgendwo. Ich muss mir mal einen Timer machen. Traps oder was? Ne, OBS. OBS geht bei mir nicht. Das würde ich dann nur zum Livestream benutzen. Ich glaube, ich mache heute einen Livestream. Voll den Spontanen. Ich habe nicht mal einen Banner. Ich habe nicht mal einen Banner. Erstes Video. Aber habe schon Intro und Livestream. Das Intro ist ganz nice. Das Intro ist auch voll cool geworden. Hast du das selber gemacht? Ne. Das habe ich mir gedownloadet. Aber da steht, man darf das sogar benutzen. Ja. Das ist noch übelst viel Yellow Ried einfach. Haben Robert Recipling gemacht. Yellow Ried Rory unbedingt. Du kannst das sogar pulverisieren. Das ist mega cool. Wir können ja ein bisschen zusammen machen. Das sind ja eh in benachbarten Grundstücken. Ja. Wenn du willst, kannst du das Yellow Ried jetzt haben. Ich brauche das ja eh noch. Von daher. Vergebt doch. Ich gebe dir dann schon mal... Oh nö, das Rotten Flash. Da gebe ich... Ja, egal. Ist ja egal. Du brauchst es eh nicht. Ja. Was brauchst denn du? Ich habe Cola. Ich habe Redstone. Cola habe ich zwei Stacks. Redstone bräuchten wir. Für einen Survivalist Generator. Ich schaue gerade auf, dass ich noch nie wirklich einen Reaktor gebaut habe. Also ich mit Technik nicht. Ey, mach dir keinen Survivalist Generator. Mach lieber einen Furnace Generator. Der ist besser. Okay. Was ist der Unterschied? Der Furnace, den betreibst du genauso eigentlich. Auch mit Holz und allem. Aber der macht mehr Strom. Ah. Furnace Generator. Oh, du hast ganz viel Eisen in deiner Dings. Ich habe einfach... Ah, hier. Soll ich euch jetzt mal voll... Ah, der ist teurer. Naja, egal. Soll ich euch jetzt mal vorlesen, was ich gefarmt habe? Kannst du machen. 4 Gold, 39 Silber, 14 Lied, 44 Eisen, 62 Kohle, 3 Dias, 1, 2, 3, 3 Stacks und 47 Redstone, 7 Leder, 3 Inksecs, 32 Lapis, 6 Aluminium, 13 Ferries, 15 Cardium, 13 Indium, 55 Yellow Rite, 2 Uranium, 1 Zertus Quartz Dust, 2 Zertus Quartz Kristalle, 5 Sulfur, 20 Salpeter, 2 Calcite Kristalle und ein Miniature Retard. Alles klar. Alles klar. Und woraus liest du das ab? Ich habe das in meinem Backpack. Achso. Ne, sogar 46 Eisen. Nach dir wurde übrigens gerade gefragt im Chat. Bei mir? Mhm. So. Hast du nen Eimer Wasser? Das Eis nennen im Ofen. Leider nicht. Für deinen Snickers mir mal drei. Ich muss jetzt in den Skype Call reingehen. Tschüss. Mal wieder rausgehen. Das wär lustig. Das wär nicht lustig, weil er muss ja annehmen den Skype Call also. Dann könnte er sich das nur mit ungefähr denken. Er könnte auch in den Skype Call, aber kein Plan. Ey, wer geht mit mir auf Höhe 13 oder so Klias? Ich habe ein 3x3 Abbauteil, das sich selber repariert, also. Hammer, ja. 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 Ähm. Geh du doch mit, Robin. Du bist ja sowieso immer fürs Stripmine zu haben. Na, Stripmine nicht! Das ist es ja. Jetzt kannst du runterkommen. Ja, ich such dich. Ich baue mich gar... Oh, fuck Laber, Alter. Ja, ich habe gerade nen Wasser Eimer gemacht, von daher. Das ist ja gut. Bestimmt, darf man das. Was denn? Junk Bugs ausnutzen. Klar, das ist ja nicht Bug-Using. Doch, das ist ja ein Bug-Using, weil... Ja, natürlich, das war Sarkasmus. Ach so. Ah, Redstone. Ha. Was? Komm, Redstone. Komm mal. So, ich baue jetzt... Ich baue. Ich baue. Oder wir bauen uns nebeneinander. Wer schneller? Ist noch Redstone. Ist noch riesige. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen, Alter. Da war gerade Lava und ich hab einfach Redstone abgebaut und direkt darunter war einfach Lava und ich bin einfach... Also ich hab auf den Redstone gestanden. Na ja, in der... Warte, in der zweiten Folge bin ich ultra kacke gestorben. Ist das schon zwei Folgen? Du hast aber erst eine hochgeladen. Ich weiß, ich hab die Redstone aufgenommen. So, alles klar. Amt, als ob ich zwei an einem Tag hochlade. Nö. Jo, ich hab grad ne Fledermaus gewonnen hättet. Was? Haltet die Fresse, blöde das Skelett, man hin, schitz'r. an einem Jahr abgehört es will jeder Reiter dafür bin ich immer zu haben und müssen gerne an dafür das Stromquell des Todes drauf weil wenn ihr ihr könnt wenn ihr ein Reaktor baut baut lieber ein riesigen weil der macht erst aber braucht doch da auch eine Flüssigkeit dafür dass das nicht überhitzt oder so was das ist ja egal das ist ja eigentlich nur in der Perle geschmolzen aber wenn du ein Auto-Spawn-Out und eine Endpland-Farm hast dann ist es auch egal dann jubel ich das auch nicht mehr hab ich ja eigentlich noch das alte Juju-Matter-System oder schon das neue das neue das ist richtig asozial aber ich finds gut seid ihr behindert warum habt ihr hier das Obsidian-Sword-Blade weggeworfen das ist mega wichtig das hab ich gefunden im Dorf und ich hatte keinen Platz mehr das ist mega wichtig doch kein da Aluminiumbusch ich mach mir so ne automatische Buschfarm wo ich dann immer komme und dann mega viele Stacks Eisen raushole oder so das ist ne unendliche Eisenfarm im Grunde genommen weil die Büsche wachsen ja immer nach ja du kannst auch einfach ähm kann man gibt's da irgendwas was sie aber erntet automatisch aber es darf ach so ja so ne Maschine ah ja damit kannst du auch XP Berries abfarmen ah ok das ist das ist gut das ist gut dann nehme ich auch die Büsche mit weil ich hab nie so gestiegen für sinnvoller also die Aluminiumbüsche muss jetzt irgendwie nicht unbedingt mitnehmen weil Aluminium brauchst du fast gar nicht aber naja für die Red Hartkanister naja aber wenn du 30 Aluminium hast reicht das ja aus ne naja da brauchst du ja nicht für den Hartkanister ungefähr oder ich hab mich gerade total minder erzählt wie kriegt man eigentlich diese grünen Herzen äh ich glaub die kriegst du von Boston also Wunder oder so ne ne von Wunder kriegst du gelbe nicht du kannst hier diesen Hartkanister nicht mehr herstellen das ist ja das Problem oh wir wollen es nur nicht so offen was der ist ein Stück weiter hinten und ein Stück weiter oben aber mach dir doch einfach einen neuen hä aber da ist noch übelst viel Eisen dran ja stimmt ja fast ein Slack einfach ok Schuss drauf ja ok ich versuche mal zurückzufinden ich fahr mir jetzt einfach weiter Redstone nice Redstone voll wollen ja Redstone ist gut so ich muss meine ganzen Erz jetzt wieder in das Ding packen sonst ist auch Junge mein Backpack ist überfüllt schmiss oh ich hab einfach ein Stack Lab ist da ey ich mach mir glaub ich gleich ein Glückshammer mit Auto Repair drauf Lava Crystal wie viel kostet der wie viel ja du tippert ganz hin die Probleme oder? mit deiner Internetverbindung ja der 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 ja der hat mega die Probleme eigentlich wenn ich jetzt Dias finde ey wenn ihr Dias habt vier Stück bräuchte ich naja es leckt ja leckt jetzt nicht mehr oh Red Heart ja ja hab ich ja das ist bestimmt auch für Reaktoren nein das ist für bei Reaktor Craft aber das was wir meinen ist Big Reaktors ich glaub die hängen irgendwie zusammen die Mods nein naja aber Reaktor Craft hat ja auch noch mit Reaktoren ja aber im Grunde genommen keine Ahnung was man da machen muss bei Reaktor Craft das ist ja was ganz anderes eigentlich auch auch mann wie es ist hier mann so ultra selten das ist uns viel zu sinnlos wär wenn man die dumme Wasserquelle da oben drücken ey wo seid ihr hin? oh Robert 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 wer seid scheiße wo seid ihr hin? Zombie Kopf nice wieso haut ihr denn immer ab? weil also ich suche den Ofen den wir von uns da zurückgelassen haben äh ich auch okay hier gott 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 hast du ihn? ne du ne ja ne ich glaub hier noch weiter nach oben hier das auch glaube ich habe gefallen das war's mit dem Video vielen Dank fürs Zuschauen ich freue mich auf den Kanal das war's mit dem Video vielen Dank fürs Zuschauen ich freue mich auf den Kanal ich würde mich sehr über einen Like freuen klickt hier um zu abonnieren oben rechts findet ihr den Link zur Playlist unten links ist der Link zum letzten Video und rechts ist das nächste Video verlinkt vergesst nicht zu kommentieren und wir sehen uns dann im nächsten Video bis dahin haut rein bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.